Die Hebe- und Funktechnik führt seit 25 Jahren UVV-Prüfungen an Krananlagen durch. Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der einzelnen Prüfschritte. Geprüft werden Lastseil und Lasthaken, der komplette Seilbetrieb, Fahrwerk und Bremsen, Schraubensicherung sowie die Funktionalität der gesamten Elektrik, zum Beispiel Kabel und Schalter, Sicherungseinrichtungen und Kontaktabrieb. Anschließend wird per Computerauslesung die SWP-Beurteilung erstellt. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Prüfplakette erteilt sowie ein Prüfprotokoll für jeden Kran erstellt. Ihre Sicherheit ist unser Anliegen. Hebe- und Funktechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017